Hi Leute und willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Ja, hier haben wir letztem aufgehört, es ist gerade... Hast du etwa Langeweile, Alice? Blöde Kuh. Ja, wir haben gerade so viel Uhr und wir mussten hier durchgehen. Ja, ähm, es sieht mir... Was willst du von mir? Ist das sowas wie Augenpott? Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ja. Achso, jetzt, bam. Ja, ich bin immer da. Wow. Ach ja, ich sollte hier auch mal das Ausweichung. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Und zurück. Wow, war das knapp. Ich glaube, das ist aber vom Spiel aus. Das ist so. Wow, nicht vor. Oh cool, da hab ich nicht getroffen. Wow, wie viel hält das aus? Zurück. Wow. Dass da manchmal so Zeitlupe kommt. Oh, zurück. Wow. Zack, ist das sowas wie ein Boss? Der hat da was verloren, eyyyy, was will ich das Auge haben? Oh nö, noch so ein Vieh. Wo ist das Auge hin? Äh, gehts noch? Ein Ventilum drin, da, ok. Gehts noch, ey, gehts noch ihr Function? Erstmal euch hier stattmachen. Sind Fraps gerade überhaupt auf? Das läuft alles so flüssig. Ich hab eigentlich gemacht an den Einstellungen. Ähm, soll ich gleich mal kurz den Kapp machen? Das wird auch schon wirklich du. Nicht du! Was soll ich denn hier? Was soll ich denn hier? Uaah! 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 Weg da! So, dieiii! Uaah! 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 Dich da oben kümmere ich mich jetzt nicht. Aber vielleicht tut das ja irgendwas freischalten. Heeih! BAM BAM! BAM BAM BAM! BAM 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 BAM! Stör, böhm! Gibt's mir jetzt was? Also da führt ein Pfeil nach da. Ich würde mal sagen, hier kommen wir auch nicht wirklich weit. Also nach da oben. Oh wow, da ist eine Plattform, hab ich gar nicht gesehen. Ähm ja, ich mach mal ganz kurz einen Cut, weil ich weiß jetzt gar nicht, nehmt der auf? Ich weiß es nicht, mal ganz kurz einen Schnitt, bis gleich. Äh, ich hoffe er nimmt auf. So, er sollte aufgenommen haben. Hat mich nur ein bisschen gewundert, weil er so flüssig Glööffen hatte. Und ich krieg eine SMS, wuhu, Mann, was ne Freude, was ist heute los? Ich hoffe er nimmt wirklich auf nicht, dass dieser Dingsbank kommt. Ne, er nimmt auf. Das ist ein wahres Zeichen dafür, dass er aufnimmt. Das ist geil. Boah, die halten aber verdammt raus. Die komischen T-Kassen? Kinder da? Na ja, nein, da, schasch, da, wo ist die so und so. Mann, das macht wirklich Spaß gegen solche Sachen, macht's Spaß zu kämpfen. Aber nicht gegen diese komischen, fliegen, libellen, mottenartigen Dinger. Was passiert da? Ach, Fundbüro. Okay, gibt's hier irgendwas? Gibt's hier ein Geheimnis? Geheimnis! 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 Kein Geheimnis! Dann gehen wir in den Fundbüro. Katze will was von mir? Welcher Knopf ist das denn hier? Ach, der hier, ne? Nicht? Komm, zeig mir das aufn Computer an. Er ist Zeit besessen, finde ihn, oder deine Zeit könnte kommen. Was willst du von mir? Hab ich nicht verstanden, nochmal. Dann nicht. Hab ich nicht verstanden, was für eine Zeit ich bekomme? Oh, ein Schalter. Für ein Schlüsselloch. Nein, für einen Aufzug. Kann ich hier durch? Äh, die Frage hat sich denke ich mal erübrigt. Da kommt man... Sollte man vielleicht nicht so durchspringen? Nein. Ich war zu lahm. Gut, dann ist das heißer T. Dann hätte man da wenigstens mal... Ähm... Ein paar... Dampfwolken oder so. Ey! Ach, jetzt habe ich auch verstanden, was er mit der Zeit meinte. Dass das Ding hier auf Zeit ist. So, das Ding ist jetzt unten. Ich muss schnell da hin. Bis das Ding wieder... Ja, Katze, lass mich schon ruhen. So. Ha! Gut, jetzt habe ich den Sinn auch verstanden, den die Katze mir gegeben hat. Den Tipp da... Wenn man das tipp nennen könnte. Das tipp darauf. Wäre man auch alleine gekommen, denke ich mal. Okay, Katze... Hilf mir! Ich weiß nicht wo... Ah! Aufzug! Hoch! 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 Mann! Ach! Nein, bleib da! Ja! Okay! Da lang! Schätze ich mal... Sieht stark danach... Was ist das denn? Was ist das? Achso! Ich habe gedacht das würde einen Schlüppel oder so. Ähm... Ach da lang! Aber ich will mal kurz was checken... Gibt's hier irgendwas? Nöööö... Doch da oben ist was! Was ist denn da? Ehhh! Nur ne Robo... Tasse... Nö, hier gibt's nix. Hier gibt's immer noch nix. Immer noch nicht. Wir gehen erst hier lang, weil da sind Zähne. Etwas wollen der Zahn. Und noch einer. Boah, die will ich ab. Aha. Da oben ist eine Flasche. Die holen wir uns. Ich weiß zwar nicht wie wir da hinkommen, aber die holen wir. Zähne. Oh, bald Upgrade war. Gibt's hier irgendwas für mich zum... ...entdecken? Ah, hier kommt man zu einer Flasche. Das sagt uns dieses Symbol. Oder... Ach, jetzt sind wir hier. Ah. Alles klar. Eins. Boah. Da hinten ist die Zwei. 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 Drei. Äh. Das sieht aus wie eine Sieben. Sieben. Flasche. Meines. Ja. Joa. Ich glaub das war's, ne? Charm. Alice. Charm. Yeah. Okay. Gut. Das hat ja wunderbar geklappt. So. Ja. Hier hoch, da hoch. Wow, 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 wow. Schalter. Ach, die Tür. Alles klar. Ja, ich hab's gehört. Es geht wieder zu. Ah. Oh. Ach, das haben wir von unten gesehen. Ein Hebel. Doch. So ne T kostet. Ich hab's gedacht, das wär ein Hebel. Ach. Nja, egal. Müssen wir da runter? Ich denke mal, ne? Hier war ein Tor. Bei der Schlüpper hab ich gar nicht gesehen. Oh, ne Rutsche. Wo ist doch die Uhr? Ähm. Super. Jo. Gut. Oh, da ist kein Nickel. Äh. Ne Bombe. Eine Wände. Ach, einige Wände und Böden sind dünn und können zerstört werden. Ich platziere die Uhrwerkbombe nahe der schwachen Struktur. Zünde die Uhrwerkbombe, um die schwache Struktur zu zerstören. Ist das jetzt mit W Uhrwerkwerfen? Alles klar. Hab ich die jetzt so als Dauerwecken oder so? Das wär cool. Ähm. Ja gut. Aber was ist denn hier kaputt? Kaputt. Ach, da oben das. Hm. Ne. Ja. Fail. Na gut. Ja. Hey, die haben halt immer. Cool. Die haben Bomben for every time. Ja. Hasenbombe. Mach da. Kaputt. Ach so. Ich muss die auch selber zünden. Haha. Man sollte auch lesen. Gut. Ähm. Ja. Ein Pilz. Und wir haben jetzt so viel Uhr. Habt ihr das gesehen? Wollt ihr nochmal sehen? Da. Wow. Und hier oben gibt's wirklich nix mehr? Ne. Ich schätz mal, dass man auch mit der Uhr, ähm mit der Bombe jetzt nochmal zurückgehen sollte, um alle Dinger da zu kriegen. Äh. Äh. Ein Haus. Also eine Erinnerung. Aber wo? Wenn ich das kaputt mache? Ne geht nicht. Hm. Ach da. Ey. Los. Ey. Ach so. Äh. Falsche Knopf. Kann man da durch? Nee. Ach so. Wie komm ich da hin? Mach das Ding kaputt. Geht nicht. Schade. Da muss ich wohl außen herum irgendwie. Äh. Aber wo? Da oben... Ist ne Tür. Aber ich möchte... Ach da unten! Ich möchte die Erinnerung haben. Das wollte ich sagen. Nein. Nein. Gib mir die Erinnerung. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice. Weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und... Puff! Werden aus Fleisch und Blut, Rauch und Asche. Ah ja. Ist hier Kapitel Ende? Ist hier das Kapitel Ende? Ist hier das Kapitel Ende? Integri... Le... Le... Unserer geliebter Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf! Ein Schlüssel! Wow, die Warpac-Klinge verursacht bei einzelnen... Ja, so ist halt gespeichert, das ist gut. Äh, hier sind aber auch ein paar Gegner. Hier müssen wir noch etwas platt machen. Äh, bei geringer Gesundheit hat Els die Möglichkeit in Hysterie zu verfallen. Verfalle in Hysterie, indem du Enter drückst. In meinem Fall welcher Knopf? Im Zustande der Hysterie kann Els nicht verletzt werden und sie richtet mehr Schaden an. Aber Vorsicht Hysterie ist zeitlich begrenzt. Okay, wer hätte denn gesagt, dass ich hier gleich wenig Gesundheit haben würde? Achso, ich kann! Achso, ich muss sogar in Hysterie fallen. Boah, episch! Jaaah, schnitt! Mit leichten... Framework. Wow, geil! Nochmal, ich will nochmal! Aber die sind cool zu... Schwein... Natsch... Aber wieso hat sich auch immer ein wenig Gesundheit gelacht? Ich denke mal, das war wirklich nur um zu testen... Um zu wissen... Um zu... Checken... Joaah... Das... Ist... Schön... Ja Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Ja! Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder! Ciao Leute!